Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Sessions Queed Syndicate. So, ab zum nächsten Gebiet. Ich werde hier aussteigen. Das Pferd schenke ich denen. So, und ab nach oben. So, hier ist das nächste Gebiet, was wir befreien wollen. Erstmal im Tarnmodus. Aha. Okay, ich möchte erst mal da oben. Hallo. Ich möchte gerne erst mal da oben hin, um die alte da auszuschalten. Und sie, geh bitte da runter. Dankeschön. So. So. Die hat keine Chance gehabt. So. I. Um. Um. Äh. Äh. Voll lustig. Zack. Zack. Jawohl. Okay, den da drüben müssen wir noch. Okay. 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 den haben wir auch was das einer noch da ich hänge fest hallo zack, 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 scherner, 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 vor der Polizei kommt zack, genau richtig im Kombo und fertig weg hier so Leute, hier gar nicht erst großen Viertelfand zu machen so, Burnblight heißt Plants, ja mein Gott fast nächstes, dann kriegen wir eine neue Waffe von ihm sehr geil, so jetzt müssen wir nur noch Kinder befreien und dann haben wir das nächste Gebiet auch clear ich hoffe, dass wir das jetzt machen können, jawohl so was ist los? was ist das? ne, pfft sie auf, okay ihr werdet mich diesmal nicht aufhalten oh hallo ich muss die alte töten, sonst muss ich nachher gegen die fighten oh mann, du blöde Fatze, du nein, jetzt ist sie geflohen, die blöde Schlampe scheiße, sorry für das Mord fuck so ist so ist schnauze voll, ihr regt mich auf so und schlecht keine Frauen noch einer Schluss jetzt oh da musste ich ja erst mal meine Wut grad dran auslassen so das Problem ist damit auch beseitigt okay, wir müssen da die Kinder befreien weißt du was, ich hab noch nie das auf die brutale Art gemacht, ne noch nie einfach mal hier reingehen ja einfach so boah, Alter, was geht das ab? zack zack ja, ihr könnt gehen ha 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 jetzt hier mal so richtig aufrollen headshot wo ist die blöde Klingel? ah da merkt man einfach mal, wie stark wir wirklich schon sind in dem Spiel ich mag das, ne jetzt ganz ehrlich, Leute ich mag diese unauf äh unentdeckten Kills einfach das ist einfach der Wahnsinn so kann man von hier aus nochmal da rein wahrscheinlich von hier, oder? ne aber von hier wir sind wieder da da sind die nächsten Kinder so Mädels ich helfe euch hier raus das war sehr nett macht 5 Euro das sollten wir überleben wir haben euch das schon befreit gehabt, Mädels das wird alles gut die sind gar nicht so übel, Mister ich weiß so haben wir die Kinder auch befreit nja down north white äh so Alarm Planstart okay nächste Sache und wieder was bekommen von ihr sehr schön ein Double brauchen wir bei ihr nur noch dann hätten wir das auch ja Kinder befreien ist immer gut ja so das hätten wir auch befreit dann können wir uns jetzt gleich hier um diese Kutsche kümmern finde ich ja wenn wir schon dabei sind haben wir einen Skillpunkt vielleicht gekriegt man weiß ja nie man weiß ja nie 7 uhu dann bitteschön das hätte ich gern jawoll so das sind 2 Punkte das sind 2 Punkte 2 ok jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen ah und vielleicht craften Upgrades nein ok weil da will ich jetzt ja so ein bisschen mehr äh drauf achten dass wir hier wirklich die Updates äh bekommen ich hab das doch schon gemarkt oder so weg jetzt ist die Kutsche weg ok dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Aufgabe da hinten ich hoffe dass wir unterwegs noch einen Händler finden wir bräuchten noch ein bisschen Medizin auch wenn wir jetzt äh Leben recken während des Kämpfens ist es ja trotzdem zum Vorteil Elisabeth mein Gott steht hier nicht alle doof rum so ein Händler Leute haben wir mal kein Händler finden machen wir es halt ohne ist mir auch egal schaffen wir auch so ein bisschen mit Vorsicht seht ihr mich? ich euch ah guck mal da ja ich schaue doch schon so alles kaufen so naja bin ich schon dann wollen wir mal eine Hauptaufgabe weiter machen nein ich war es nicht unschuldig verzeihung sie sie sind doch die ich bin sicher wir kennen uns nicht ist das ein Ring für Preiskämpfe da können sie sich aber drauf verlassen my lord my lady ich bin Robert Topic der beste Buchmacher Londons zu ihren Diensten naja zwei beste aber meine Mom sagt Donald wäre etwas einfällig aber egal ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen ich denke wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen okay ja raffe ich jetzt feiten oder wie soll ich das jetzt verstehen wollen wir probieren das ist Level 2 Play okay nein so wer noch wir haben gar keine Chance Alter ich überwältige die ja sofort Keep fighting. Oh, ich hau dich, Mama. Ja, ja, auf die Ömmel. Zack, arm gebrochen. Denk mal übernach. Okay, wir können noch mal machen. Komm, noch eins. Machen wir heute mal ein bisschen was anderes hier auch. Zack, erstmal den. Dann den. Dann den. Dann den ausschalten. Zack. 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 Na, kommt. Zack. Zack. Zack, zack. Double K.O. Oh, yeah. Oh, und den nehmen wir jetzt gleich hier. Oh, ich geh in Deckung, Mutter. Ich weiß. Keep fighting. Einen müssen wir noch. Ich bin mal gespannt. Blab, blab, blab. Oh. Da gibt es auch erstmal eine Kopfnuss. Ey. 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 Okay, continue. Geschafft. Hat hier einen dran angerissen. So, kommt denn jetzt das gleiche nochmal oder wird das jetzt schwieriger? Oder wieder Level 2. Dann brauchen wir ja nicht. Okay. Raus. Open. Hat gereicht, ne? War schon lustig. Oh, guck mal da. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Oh, guck mal da. Oh, guck mal da. 480 Grad Drehung. Okay. Und Abflug. So. Jawohl, sind wir raus aus hier, ja, gefahren zu. Oh, da kommen schon wieder welche. Der Weg ist ganz schön weit, um das jetzt wegzubringen. Aber das schaffen wir schon. Ja, wir biegen jetzt hier wieder ab. Wir könnten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Alter Schwede. Hey, hier haben wir ja Verstärkung von unseren Leuten. So. Sehr schön. Sehr schön. Einfach und schnell erledigt. Und frisch geklaut von der Straße. Wohlgemerkt. Ja. Ja. So. Wieder einen Skillpunkt dazu bekommen. Aber wir sollten erstmal hier was. Okay, wir kaufen von einem Toten. Na ja, gut, okay. Will ich mich jetzt nicht zu äußern. Crafting, äh, Upgrades. Nein. Okay, Skills. Wir haben zwei Punkte bekommen. Das waren vier. Ich hätte gerne das. Nein, natürlich. Ich finde more Crafting in... Alles klar. Nehmen wir mal, um einfach auch mehr Geld zu finden. Mehr Barren, bla, so. Gang Upgrades. Ich weiß nicht, muss man das machen? Machen wir das mal. Das auch mal. Wir investieren mal ein bisschen in die Wooks. Also. Und das. So. Dann sollten wir eigentlich alles ziemlich gut haben. Das sollte reichen. So, die Wooks ein bisschen verstärkt. Alles ein bisschen stärker gemacht. So. Nächste Aufgabe wäre dann... Haben wir das schon gemacht, oder? Ne. Wir waren da oben. Was ist das? Bist du da mal gebetet? Ah, alles klar. Wir gehen mal da. So. Haben wir hier noch eine Kutsche? Die ist völlig im Arsch. Die Pferde sind hin. Irgendwann. Richtig mal bitte die Kutsche haben. Dankeschön. Ja, ich sage erst mal wieder... Vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei... The Session Street Syndicate. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich. Lasst mir ein Däumchen da. Aber das lasse ich mir hier gerade. Na, kannst du nicht fahren. Mit Scheiße, ne? Zack. Die alte Kutsche sofort. Wenn die Scheiße hier schon bei uns vor der Tür steht, ja? Was? Oye. Lauf schon weiter. Ey. 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 Alter, jetzt reicht's. Scheiße, kein Midi-Pack. Auf Medizin. Alter, spinnst du? Holt ihn da runter! Ich ertrage deinen Anblick! Gut so, Mädchen. Was? Soll ich mit denen woanders hin, oder was? Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Wir haben doch hier aufgeräumt. Wo soll ich denn das jetzt hinbringen? Ja, nee, ist klar. Jetzt auf die ganz andere Brücke, oder was? Ach, kommt! Ja, das habt ihr uns aber einen anderen Weg gesagt. Dann bleiben wir bitte stehen. Lass dich vielleicht kaufen. Okay, so. Cool, all. Danke. So, wo darf ich jetzt parken? Ne, wir müssen jetzt wirklich bis dahin. Okay. Ja, ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten hier bei Sessionsquid Syndicate. Wir hören uns morgen wieder. Wir probieren erstmal die Kugel wegzubringen. Und dann sehen wir weiter. Bis morgen. Tschüss.